Hallo ihr Lieben, die Feiertage sind Vergangenheit und nun stellen wir fest, der Festtagsspeck muss weg und der Wunsch zum Traumgewicht ist groß und du stellst dir die Frage, wie schaffe ich es, dass ich wieder meine Traumfigur habe? Nun, die einen rennen durch die Gegend und keuchen sich fast die Lunge aus dem Hals oder gehen in die Apotheke und holen sich Wunderpillen oder Drinkshakes zum Abnehmen. Die anderen rennen zum Fitnesscenter, obwohl sie dazu weder Zeit noch Lust haben. Sie hungern und machen Gewichtestimmen, was sehr schweißtreibend ist. Tja, ihr seht, es ist nicht so einfach. Es kann jedoch einfach sein, denn ich kann dir helfen, abzunehmen ohne zu hungern, ohne blutige OP, ohne Narkose und ohne Schmerzen. Vor allem ohne Aufenthalt in einer Klinik. Auch von einer qualvollen Diät bleibst du verschont. Ja, ich kann dir professionell zur Gewichtsreduktion helfen. Mit dem Hypnose-Magenband. Und das bringt absolut keinerlei Gesundheitsgefahr. Du musst nur eines. Du musst es wollen. Habe ich dein Interesse geweckt und du willst mehr darüber wissen? Dann geh in mein Portal www.dirialichtvollerengelkontakt.de oder nimm Kontakt zu mir auf. Also, bis Bis dann, meine Lieben. Eure Diria